Gut, Leute, hallo und herzlich willkommen zum Hack-Battle hier mit Clash der Rebellin. Und ja, ganz klassisch. Einfach mit dem ganz normalen Punktesystem. Ist jetzt nochmal eingeblendet. Schauen wir mal, wer hier gewinnt. Wir haben jeweils ein Prelease-Kit mit vier Boostern und drei Preis-Booster. Das heißt, wir schauen jetzt mal, was da so dabei rumkommt. Und ja, Leute. Ich würde sagen, wir fangen an. Sehr nice. Ich freue mich sehr, sehr hart. Ich fische die ersten Punkte aus den Preis-Boostern. Okay. Moment, ich mache mal mein Kit zuerst auf. Ich schaue einfach mal, was da rauskommt. Und ja, ich gucke mal auf jeden Fall mal, was für eine Promo drin ist. Ich habe ein Deponytox. Oha. Oha. Relu, Silo, Turzel, Fucano, Cloncat, Schneebedeck. Ist leider kein Punkt. Und ein Mark Brand ist leider auch kein Punkt. Okay. Also schon mal. Kein Punkt für dich im ersten Play. Nothing good. Gucken wir mal. Wie gesagt, Clash der Rebellin. Wir haben ja schon ein paar Openings dazu gemacht. Checkt ihr auf jeden Fall auch auf dem Kanal. Wir haben sehr, sehr Bock auf das Set. Vorbestellen könnt ihr immer noch, das Set. Also checkt das auf jeden Fall sehr, sehr gerne ab. Ohne eine Erfolbung. Lohnt sich bis jetzt. Hauen wir mal, dass es sich hier auch lohnen wird. Und zwar fangen wir an mit einer Tempo-Energie. Safcon, ein Elezard, Schallquap, Unreititox. Läuft. Iguana, Grammocles, Lichtel, Mediti und... Okay, Pantikost, auch kein Punkt. Oh, schade. Heute haben wir keinen Punkt für dich. Dieses Pack denkt sich so, nope. Die hier gönne ich nicht. Nope. So. Aber ich gönne mir jetzt den Punkt. Wir haben immer noch keine Rainbow-Ware. Das ist voll traurig. Vulcano, Cloncat, Mediti. Und die Reverse ist ein Stuart. Und ein Summer Center. Hier gibt es leider keinen Legendary-Bonus. Bist du mir leid, Dennis. I'm sorry. Gucken wir mal. So ist das, ne? So ist das. Wäre natürlich nice, wenn man aus dem Kit zumindest mal einen Hit rausziehen könnte. Ansonsten ist es ein bisschen im Träuchel. Meine Promos ist aber schon mal Lux dran. Das ist auch ganz nice. Das ist auch mal ganz solide. Promos gezogen. Wir haben einen Lektro-Ball. Ein wunderschönes Xatu. Lombrero. Ein Galaflampimos. Schnebedeck. Dusselgur. Galaflampion. Dremova. Komm, Punkt, 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 Punkt. Mal gucken. Und Punkt, 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 Punkt. Barakiefer. I made it. So. Ja, irgendwas sind die Preisbooster. Mal gucken. Vielleicht gönnt er das Preisbooster-Mann-Punkt. Da ansonsten verlasse ich mich auf mein Kit. Weil die Preisbooster sind immer... Pantyfrost? Ne, Pantyfrost. Ropi. Komm, 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 komm. Ah, schade. Und? Es ist aber immer so, entweder deine Prelease-Preisbooster sind kompletter Crap. Oder sie sind richtig gut. Kannst du dich noch an den Jungen da beim Prelease-Schwerten-Schuld erinnern? Der hatte seinen Preisbooster, glaube ich... Das hatte der Seyschen Gold. Die Oma. Die Oma in Rainbow. Und noch ein paar. Und noch ein paar jetzt, glaube ich. Der hatte dann, glaube ich, fünf Preisbooster. Und da denkst du dir so, ja, ja, moin, ne? Clouder Guy. Ein Phantra. Sankabu. Klonkett. Skunkabu. Pipi. Voltoball. Klonkett. Und? Komm schon, erster Punkt. Ist ein bisschen komisch, ne? Dafür, dass wir kein... Dass gar nichts kommt, ja. Da muss man ein bisschen was... Wir haben ja ein Elektroball. Ausrüstungsentsorge. Verfluchte Schaufel. Unratütox. Duselgur. Iguana. Elektroball. Sankabu. Waggon ist wieder kein Punkt. Und ein Grabbit. So, schauen wir mal. Mein letztes Pack aus dem Kit. Ob das vielleicht gönnen kann. Ansonsten wäre es schon mal ein ziemlich sades Kit. Aber dann wäre es auch realistisch, dass du mit einem Kit, wo kein Hit drin ist, nur drei Promos, äh, drei Preisbooster holst. Zlatanecto. Ein Resladero. Pelzebub. Voltoball. Ein Sankabu. Bullpix. Smogon. Scheinux. Galapantimos. Ne, war nix, ne? Und? Oh, wir sind hier los. Only a Xerox. So, mal gucken, was mein Kit noch bringt. So, wir haben Yaro, Potrod, Luxio, Sankabu. Ne, Skunkabu. Pipi. Voltoball. Ne, was geht? Ich bin noch gar nicht gesehen, die Karte. Galapantimos, ein Punkt. Und Kotomi sind drei Punkte. Drei Punkte und vier. Sehr schön. Hier, einmal das Kotomi, Leute. Was liebe ich denn das? Ihr kennt das ja. Wenn du dieses Pokémon, der in deines Zuges, aus deiner Hand auf deine Bank spielst, kannst du eine Oerschösserkarte aus deinem Ablagstapel auf deine Hand nehmen. Sehr gute Karte. Lohnt sich, definitiv. Aus diesem Set. Ja, nice. Also, die war ja aus deinem Kit jetzt, ne? Ja. Vier Punkte. Da wärst du schon mal gut dabei gewesen, ne? Wärst du schon mal gut dabei gewesen. Ja, ich könnte mal einen Supporter recyceln. Das wär nett. Das wär nice. Vielleicht hättest du ja noch eine Oma im Kit gehabt. Das wär nice. Mehr gut gewesen. So, Leute. Hier muss aber jetzt mal ein Hit draus kommen. Wie, was für Preisbooster habe ich nach einem sehr, sehr schlechten letzten Platz gezogen? Das wäre jetzt die Simulation. Reicht es für einen Punkt im Pack Battle? Grolldra. Dusselgur. Was ist denn los? Irgendwie, irgendwie ist es halt, ne? Die letzten guten Preisbooste hatte ich, glaube ich, zu Kräft im Einklang. Da waren wir in Koblenz. Da war ich ja alleine mal hin. Da hatte ich, glaube ich, eine Alternative und eine Rainbow rausgezogen. Das war... Das war... Das ist natürlich geil. Äh... Iskalyk. Galakorazon. Toxel. Galapantimus. Galapantimus. Und Barakiefer. Schade. Kommt da noch was? Hm. Das ist die Frage, ne? Phantra. Ein Laternecto. Auch hier... Wo ist denn das gerade? Ist das... Guck mal, das ist in irgendeinem Schlafzimmer, oder? Ja. Und das Artworkland. Das ist Zobiris. Ach, stimmt tatsächlich. Und das selber Decke. Ey, mega nice, die Artworks. Die Galamine. Original Render aus dem Spiel gefühlt. Ein Grolldra... Schneebedeck. Komm schon. Wohlpix. Ja, das ist auch irgendwo so mein... Mein Weg gerade. Das wäre... Das könnte auch in die Mode sein, ne? Vokumil. Auch kein Reverse. Komm. Gönn doch mal wenigstens einen Punkt. Nein. Was kann die eigentlich? Wenn dieses Pokémon in deiner aktiven Position ist... Und durch den Attack deines Gingerschanel-Heldige... Drei Schansmarken. Okay. Sozusagen das... Das... Gönnt ihr halt nicht. Ne. Irgendwie nicht. So, letztes Pack aus meinem... Kit. Geht halt null auf. Guck, wir müssen gleich... Wir müssen noch extra Busse aufmachen, wenn das. Wir müssen noch extra Busse aufmachen. Das geht nicht. Wieso? Wir haben zu wenig gezogen bis jetzt. Da müssen... Oh, Fick. Latanecto, Galamine 1, Bronzong, Medici, Hokumil. Boah, auf Kuchen hätte ich auch Bock. Kuchen? Ich fahr gleich irgendwann nochmal mehr Kuchen. Oh ja, Mann. Bähmon. Hol mir was mit. Uh, Akadi Reverse, Rare... Und... Oh, endlich! Eine Rainbow. Nice. Rainbow Pokémon. Okay. Geil. Also das ist mal wieder der klassische Fall. Du gehst mit Dennis auf den Prillis und denkst dir einfach nur so... Okay. Oh mein Gott. Das heißt, du hast jetzt... Rainbow Patinaria. Die müssen sechs Punkte auf der zehn, elf Punkte sein. Aber ultra cool. Geil. Wie sieht die Rainbow denn wieder aus? Also ich hole manchmal vorsichtig aus das Kniefraus. Leute, gönnt euch die... Die haben so minimale Texturen darauf. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde das auf das Pokémon, finde ich scheiße. Das ist egal. Also nein, also die Texte... Das war's auf dem Pokémon. Genau. Ich finde das da dieses... Ja, mega. Das sieht aus, als wäre das so ein dummer Aufkleber. Aber es sind sie halt einfach nicht, ne? Geil. Da haben wir schon... Die Earth Rainbow for me. Nice. So, kann ich jetzt noch den Goldfighter hier im letzten Pack ausführen? Ja, hoffentlich. Nicht. Haben die Shinies hier... Kriegen die Shinies eigentlich extra Punkte, würde ich sagen, ne? Die Shinies kriegen dann den Siebener-Slot. Letztes Mal waren es Session und Summer Center, die die sieben Punkte bekommen haben. Hier sind es dann die... Holst du erst mal einen Punkt. Ja. Hot Rod, Stuart, Vitora. Aber das ist schon wieder ein bisschen traurig, ja. Bullpicks. Das ist jetzt mein... Maskottchen. Morpeco. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ein Booster aus der Wertung, Leute. Hey, Moment. Jetzt habe ich die Energiekarte weggelegt. Nevermind. Ach, egal. Legios. Membrana. Fangenergie. Galaporenta. Raffel. Galapantimos. Raupi. Schmerbe. Immerhin der Punkt außerhalb von der Wertung. Und Katapultra. Okay. Immerhin noch eine Holo und ein Pack. Habe ich mir jetzt natürlich teuer beim Veranstalter für 5 Euro gekauft, das Booster. Immerhin irgendwas, würde ich mal sagen. Ja, Dennis. Erfolgreiches Prelease auf deiner Seite. Ja, ich kann mich nicht beklagen. Auch wenn ich das Patinara ja jetzt nicht hätte spielen können, weil es eine VMAX-Karte ist. Das war in deinem Kit, ne? Ja. Das war alles in meinem Kit. Ach, stimmt. Tatsächlich. Meine Preisbooster waren. Ja, das war natürlich wack. Leute. Ja, aber dafür ganz nette Karte. Dafür ganz auf jeden Fall. Leute, wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst mir mal eine Positivierung da. Wenn nicht, konntest du die Re-Tick hier für unseren Rainbow-Pull. Rainbow. Und ja, wo geht es denn? Wir werden auch gerne abchecken. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Wir machen Booster auf. Und das war's. Ich gehe mit meinen Preisen jetzt. Ja, gehe dann halt. Du, 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 du. Ich gehe mit meinem 5 Euro Katapult da jetzt aufflücken. Ich gehe mit meinem 5 Euro Katapult. 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 Ich gehe mit meinem 5 Euro Katapult.